Hallo, ich zeige euch heute ein 5-Tennis-Stück mit einer interessanten Feldprägung. Das Stück ist von 1905 und wie ihr hier unten seht, hat es dann einen weiteren Rohling mit reingezogen, sodass das andere Stück mit eingeprägt ist. Und jetzt zeige ich euch mal die andere Seite, wie es das hintenrum aussieht. Dann hat er den Adler und dann nochmal den Doppelschlag, wo der andere Rohling drin war, der dann dementsprechend nicht mehr so gut ausgeprägt ist. Solche Münzen kommen nicht so oft vor, die Fehlprägung, gerade die alten, die sind oftmals verschollen. Und so ein Stück kann dann, ich sage jetzt mal um die 100 Euro im Handel, vielleicht auch 150 Euro kosten. Ja, das war euch mal eine seltene Feldprägung für ein Pfennelstück vom Kaiserreich. Bis zum nächsten Mal, tschüss.